Hallo Freunde und herzlich Willkommen zu einem neuen Stream hier auf meinem Kanal mit Fortnite Battle Royale und wir spielen 50 gegen 50, sind in einer Dreiergruppe unterwegs und zwar ist der Larunes und der Motsunonym mit dabei. Ja erstmal, hallo, 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 schweres Wort mit dem Mund vor Zunge hinzukriegen wollte ich sagen. Hallo ihr zwei. Hallo du einer. Hallo du. Super. diese herzlichkeit wunderbar okay dann würde ich sagen direkt ins spiel wir haben die gruppe schon mal gebildet und bereit sieht gut aus so dann bin ich auch mal bereit und ja heute gibt es auch das neue sniper gewähren übelst lange nachladezeit aber der durchschluss und das ding ist laut damit die feinde besser hören wo man ist super ja so ungefähr nicht verkehrt ich habe vorhin neuer modus ist der sniper und die hast also wirklich nur scharf sachen auch nur munition dafür und halte diese mitte gescheit habe ich mich als busch getan haben berg gehockt und bin zweiter damit geworden also die zone kam ich musste laufen irgendwas ist ja immer was ist ja immer auch nicht schlecht das heißt du kannst jetzt ein sniper modus anschalten oder wie ja das ist ein momentaner modus da ist rein der weg sniper kannst auch nur im solo spielen und nicht im gruppen spiel ach so okay so haben wir schon tage haben wir ein target haben wir vorschlag wäre ja entweder da oder oder also ich würde tilt es ist immer schön wetter richtig vor allem viel los juhu was für tagesaufgaben masse ja ja es hat mich das gleich noch mal wenn ich es ablesen kann ich bin gelandet das einmal map gucken weiß ich gucke jetzt erstmal dass ich hier gekriegt falsches zimmer keine ahnung ein zweiter ist die kiste das war die außenwand verdammt ja hier runter so hier liegt einmal sturm für dich ja ich wollte mir eigentlich direkt die moon schnappen aber du warst schneller willst du nicht dann nämlich über eine graue sturm als ich da dinge nehme weil einfach komm hier rüber ja warte kurz ein bisschen munition schnappen die unter der treppe lag besser auch so dass wir dasselbe dasselbe in weiß schrottgewehr das ist glaube ich wenig sinnvoll wenn wir beide zugang an den gleichen stellen rumlaufen ich habe eigentlich fast alles was ich brauche jetzt habe ich auch ein schrottgewehr da vorne scheint kampf zu sein die zonen ist direkt auch bei uns so auftanken meine tür eintreten ja sowas habe ich noch nicht da ich noch keine kiste gefunden habe habe ich auch noch kein schlürfe ja das hat 100 gast zogen klaue ich den mannig so brauchst du mal in zonen ich habe alles ausgerüstet und die sind immer noch am schießen ja ich bräuchte noch wenn einer irgendwie über hat oder weiß wo einer liegt ich bräuchte noch so ein säftchen das hat vorhin welche aufgenommen ich habe hier gerade 50er noch gefunden kannst du haben da komme ich doch mal ja bleib mal da hier war auch noch keiner ja dann treffen wir uns doch da dann machen wir das so ich habe schon ein fußball aus ja feind hat er hat jetzt ist unten hat mich oh alter keine ahnung das ist einer von der sorte was ich letzte mal meint das war jetzt wieder klar ist natürlich dann auf einen ballern hier unglaublich holen die auf allen vieren ist klar schon mal rein krabbeln da können andere nicht mehr aufnehmen wird es auch gemacht ich glaube ich weiß wie der das gemacht hat die wand die wird ja aufgebaut und das sind noch lücken zwischen du kannst wahrscheinlich die stelle hat die leben und dann ist das irgendein interessanter back den erde nutzt super und es lebt noch super oder wieder immer naja ob das so super ist das bezweifle ich jetzt du bist ja wieder sehr gönnerhaft heute ich gönne ihm nur das beste ich bin ja auch dass das ist natürlich ich hätte dir gegönnt dass du schnell tot ist damit wieder zusammenspielen so müssen wir uns gucken und was du da tust hau dir mal schnell so ein pack rein dann geht ein hier noch ich hab doch läuft doch alles dann hast du aber dann der rest was oben drüber geht wird als schild gerechnet komplett da weiß ich aber ich habe doch noch zwei schlürfig nie mal locker bleiben ich hab doch ich hab alles da ich hoffe du kriegst picklern schön dass man sich sorgen macht ja natürlich diese sympathien heute wieder wenn man 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 ich springen dringend vor den namen das ist kein super mario karton er ist jetzt auf der banane ausgerutscht so ist das wahrscheinlich das war ein guter versuch was für idioten haben wir ja aber der ist nur unter der ist nicht tot doch mal in der treppe begastet irgendwoher hinter dir ist diese folgen denn da gepupst ja da macht den fertig war schade ist nicht weitergelaufen nimm den dein sturm gewährten hinter dir na gut drei stück dann machst du mit 22 gegen 44 ja 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 je weiter das runter geht umso schwieriger wird es ist eben das nachher erste 1 gegen 30 direkt in der mitte sammeln als alter einzelkämpfer werden die leuten lang gefeilig und die machen scheiße dann kommt ein paar anderen fahren schon ein paar weg kommen die aber alle erst von weiter weg und die anderen sitzen schon relativ gut positioniert ja dann werden die einzelnen die da ankommen weggefahren so bestehst du wirst damit sagen du bist dann immer der beschissene ja nein das nicht die leute sich einig wären ja gemeinschaftlich vorzurücken wie man das in einem 50 50 im team macht aber team heißt ja auch toll ein anderer macht ja das problem würde die machen das wird erstmal noch außerhalb irgendwo eine stunde oder ist warum den brauche ich auch noch ja und da vorne wenn die einzelnen abgeschlacht dieses kommunale dieses zusammenspiel das ist überhaupt nicht die naja da bist du auch im falschen spiel weil die kommunikation unter den 50 die ist ja auch nicht da also nicht so gut zumindest geht ja auch nicht das wäre ja auch ein bisschen sehr spiel vor wie beschimpft ach die schießen ja schon teilweise auf dich obwohl sie dich gar nicht treffen können wenn du deine kiste vor denen auf machst oder was ja nur zum ablenken natürlich wo ist das ist nur auf den hintern oder was ich bin eine tontaube nein bin ich nicht heute nicht obwohl ich im ersten match jetzt doch ja schauen wir mal tötet wir sagen die mir direkt drüber ich versuche mich wieder online das gebäude rand zu pirschen könnte ein bisschen kurz werden ach nee das passt das passt nee das passt jetzt nicht habe ich nicht ich bin mein ja super sind auch schon wieder 80 leute die sich umkloppen bauen schon die anderen wieder ein oder mit dir nicht an die sachen dran kommen unglaublich echt das ist wie soll ich das ausdrücken das ist das zusammenspiel von dem wir hier sprechen das so super ist wegen ich hatte schon mal gesagt eine gruppe mit vier leuten die auch wirklich kommunizieren können und wissen was sie tun soweit ja auch aufeinander hören und das könnte man hat sie doch noch vieles anderes wecken das könnte man natürlich machen aber jetzt stelle mal dieses gebiet vor und du würdest jetzt vier gegen vier spielen wollen ja und hier gegen vier geht aber da haben wir noch zu mir bevor ich die aufheben hat noch eine arbeit sturmgewehrartiges ach so weich den ich wollte in der hand hatte deswegen das nicht ne leider habe ich nur eins ob ich sagen ja 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 ist zonen meter ist hier um die ecke oder hinterm fluss und das ist doch immer so die ersten zwei drei spiele haben wir richtig zonenglück danach können wir froh sagen hier bei mir ist sturmgewehr grün ich hab platz ja ja nimm mal mit ich brauche ich bräuchte noch im saft dann war wieder nix über das nähe ein bisschen futter für die schrot muss das ausprobieren der schweißt hier mit granaten hier ist noch ein 50er trank stopp 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 was froh da die seite wollte hin kommen zurück du standst drin warte bevor du nimmst warte bevor du nimmst die grünen du hast es aber auch mit dem bungeballer er vorhin das war absicht ich wollte einmal mein mein in mein equipment testen so weiter jetzt hier weg hier noch mal drauf ballern steine mitnehmen ja aber muttert mut so ja das wäre hätte was ja naja da kommt ballon müsste relativ baulich sein jetzt schießt ihr mit rakete am ballon ich habe leider keine granaten alter der schießt aber scharf ja das muss irgendwo von nordosten kommen kann das sein hinterm lkw gerade nach dass sie runter gesprungen okay hier ist die farmers für dich komme komme da oben mit dem lkw okay hinter uns hat der mich noch erwischt verdammte saudin lebt mich auch sonst gibt es keine farme die drohung ist gut dann machst du erst mal muss er erledigt sein naja klar so oh fliegen haben schon wieder die kugeln im augen das platz ja nicht los so auf die sind dahinter alter schon wieder hier oben bei uns stürme schon wieder durch ja aber noch falsch ist keiner mehr bei uns ist keine meine wie ist das fresse glaubst du hieß der auf ins nächste ich glaube auch einmal zum y und ja auf zu neuerlichen schandtaten ah ne schundtaten waren es bis jetzt zumindest puh ja so ist das ne manchmal hast du glück dass du zur richtigen zeit am richtigen ort bist du siehst ja nicht du weißt ja nicht wo die anderen herkommen vorher nicht der vorliegen du kannst du jetzt ganz schnell umlaufen der fallschirm jetzt aufgeht das kann wenn du aus der höhe fällst kannst du mal ganz schnell eben drumherum ach so wenn ich jetzt aus der höhe falle kann den fallschirm aufmachen genau ja das ist klar aber danke du hast auch keinen nullpunkt also wo es dann aufgeht point of no return du musst es betätigen ja klar den getiltet ja klar wäre gar richtig glück glück nennst du das ok ja sonst sieht stimme aus tötet 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 in tötet 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 towers volle möhre ach ne das war was anderes wenn die schlürfis nicht so lange brauchen würden müsste da wieder auf energie kommt tötet 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 los au hier liegen und rot das ist nicht so gerade der schroth auch noch ich habe nur so was willst du die haben die schroth ich habe ich habe schroth und ich habe die weniger kiste oder ist das der faschistenautomat dass die kiste keine weiß was genau ist so ich habe jetzt einen sturmgewehr seinen sturmgewehr und seinem sturmgewehr super ja also ich würde sagen sturm wir davon wegschmeißen aber besser als nichts wieder alles abgeräumt hier decke alles weg ohne ist in der gleiche position fast ja dann durch die zone kaputt das ist doch mal nicht ganz so früh dahin gehen ich habe etwas rein fliegen wie jede menge die lande hier ich habe noch nichts habt ihr noch irgendwas zu saufen dabei ich habe noch einen kleinen drang besser wie nichts oder 25 gleich da bleib stehen jetzt kommen wir da rüber das ist das wir hier machen ist besser dankeschön ja so ist gut besser wie nix die tasse ungelootet ich gehe nur mal eben gucken als sache ja das ist eine gescheite waffe ja jetzt habe ich eine gescheite waffe grün so lass uns mal wieder hinter la runes hinterher bleibt ihr denn ich laufe hier mit grauen durchsachen die hier gegen ja wer braucht weißt du reden wäre eine gute idee dann weiß man dass du loslaufen möchtest so da liegt nur ein Busch in Gold hin ein Busch nimm ihn ne ich habe keinen Sniper ein Busch ohne Sniper hier ist ein Automat ja nimm mit Gold aber ist nichts drin jawohl die Uzi ist nichts drin ja ja irgendwie oh äh brauchen wir ein Jump Pad zufällig ist nie verkehrt nimm mit habe ich zwei Stück deswegen frage ich von an u ist du hast herr das was ich jetzt mal mache jetzt sind wir jetzt mal da irgendwo und jump da konnte er gerade noch unterspringen wir stehen die richtig dann mal gucken ob ich ja auch mit auf den berg hochkomme ohne groß zu bauen eigentlich da oben jump hat hin zu was anderes versuchen warum das hier passt auf oder wir haben heute kein glück sollten vielleicht doch wieder ja mitten auf dem berg irgendwie ja du bist ja wesentlich alleine bist ja vielleicht ja wer weiß weiß ob er das tut der steht einfach hinterher das hat er besser gefallen laufen weiter ja sehe ich auch da war jetzt mal jemand der mich erlöst hat war jemand gnädig ja anders kommst du ja nicht raus das du warst am berg war ja gut das hätte man aber weil umso tiefer desto platz bist du da mal so an der bergkante bist ne ist dann auch nacht so bereit so ist das mal gewinnt man und mal verlieren die anderen alle andersrum war das schon wieder tiltet andromeda bist du sicher ja nicht ist der beste ort ohne war bisher immer gut und das stimmt wohl allerdings muss ich auch gestehen das ist der ort ist den ich meistens mit der schlechtesten ausrüstung verlasse ist normal nicht dass mir jetzt eine gute ausrüstung viel gebracht hätte aber wir kriegen ja nach diesem tag gehen aber man fühlt sich besser werden oder nach schnobby chance bis dahinten das ist einfach noch mal gucken wie es da so läuft jetzt such dir ein haus aus und dann bin dabei bin ich ich bleibe bei dem großen blauer grauen hier da weiß ich kisten sind guck schon eine blaue pamp kann und wer super direkt vom dach geholt läuft doch da war nix irgendwie ist heute hier saft ich glaube die reise kiste wünschen reicht noch drin ich werde fertig ich habe auch noch eine blaue pumpkin über habe ich noch gar nicht offen gesagt aber noch nie genutzt vielleicht ist das der fehler im nahkampf wenn du mit der maschinenpistole besser klar kommst mal sagen wir mal so ich komme eigentlich mit dem am besten klar was ich dann in der hand habe aber stehen okay und die granaten behalte ich auch mal steht auf die pistole so im schliff nehmen habe ich wenigstens auch ein bisschen hier keiner in dem man weiß es nicht doch kiste wurde genommen hier ist eine doppelläufige pumpkin ich nehme mal mit von der brauche ich habe eine grüne das war sie mir raus und irgendwas landet hier ich hab's gehört komme nicht auszumachen ja wo war warum nicht ihr baut gerade einer hoch das ist sehr gut ich mache auch noch mit so komm attacke amakkel oh sehe ich was die nehme ich noch mit das ist ja praktisch doch wieder runtergerutscht voll dicht jetzt schießt du von allen seiten von osten auch noch ziemlich mal kurz zurück ja ich habe mich mal kurz gerade ein ja ich habe mitgemacht fleißig eingebunkert eingebunkert ich habe leider nichts um damit zu schießen also böse falle ist auf der hinten was auf der kampf von der aus auf der höhe bin ich erwischt worden danke schön ich lass mal die doppelläufige fallen der ist wahrscheinlich schon weg achtung von links baut sich hoch die schießen koranie kopftreffer ich repariere das mal alter ich kann nichts mehr bauen ich kann nichts mehr bauen willst du da noch mal recht für den arsch muss ich doch revidieren wenn man die darunter schießt dann müssen ja fallschaden kriegen und nicht einfach nur knöpfe ja so ist das aber ja so macht es keinen sinn das jetzt kannst du nicht auch da weiß ich nicht 20 stockberg hoch einbunkern und wenn sie es kaputt machen drückst du knöpfchen wo ist das problem ja so ist das ja kannst du ja auch machen denke mal das wird eine nummer die werden dann können sie wahrscheinlich oder hoffentlich wieder rücke nicht machen ja ja das nur kurzzeitig zum ausprobieren hier unten sind zwei die sterben ja da sind noch zwei die sterben gleich guck mal ein an herr jetzt wird der lagunus gesetzt ja wenn die wüssten dass du den ganzen blut klaus ich werde auch gerätzt ohne mann schrank ein baum hat mehr so bist du war nicht für alles das ist meiner ich habe dafür jetzt wieder ein bisschen schild und das passt schon aber wo ist denn mal ich durfte jetzt mal gewehr da drüben liegen lassen als sache zwei stück jetzt gucken wo und dann zielen mit dem brauchst du nicht drüber halten um punkt ja ok alter schwede erst gucken wo die leute sind und dann ziehen das mache ich ja eigentlich in der regel nur wusste ich jetzt nicht dass ich mit dem drüber ziehen muss ne brauchst ja nicht diese scope klinge an diesem punkt ein ziel wo du hinsch oh alle 20 18 17 16 ja ich komme nicht mehr rein bis jetzt zumindest aber ich hoffe der feld nehmen stift rang sofort rein noch nicht die verbände stift rang auch so und jetzt verbände los und wickeln 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 los mitten auf dem platz na gut das ding da kommt dass man hier rein extra entscheidet so der beil weg gemacht und ich stelle komfort angeflogen kommst du nicht hoch um nicht falsche waffe dieses schrotgewehr dieses maschinengewehr was du da hattest ja verdammt verdammt ist ja gut geworden naja eigentlich versuch dich aufzuheben aber ich glaube das thema dürfte jetzt auch durch sein ja na wo ist er damit ist es nur noch einer na wo ist er ich gehe auch schon mal auf bereit komisch wir sind zweiter geworden wir sind zweiter nee ist klar zweiter von zwei ist trotzdem letzter scheiße second winner der letzte gewinner und bei dir zu essen bei mir ja pizza ppizza bayerische pizza äh ne italienische pizza leber käse wir haben hier unten im hotel direkt ein italiener so als äh ich sag jetzt mal neben geschäft nicht neben geschäft das ist schon extra äh extra pechter aber es gibt halt eine verbindung vom hotel dahin kannst direkt rein marschieren und äh im vorbeigehen eben bestellen ja ja wirklich gut wohin so nicht hilf hat ja wir gehen wieder erzählt ja alles andere lohnt sich eine stunde später du willst doch deinen zuschauern da was zeigen oder ich umfalle ja super idee das ist immer noch spannender als wenn er 10 minuten durch die gegend das ist wohl wahr und so schnell bist du gar nicht umgefallen ne ja ist wahr und du hast da was dazu gelernt hast du dazu gelernt ja wie was ich dazu gelernt habe nimm nicht das gebäude wo larunis drauf landet du kriegst dann eh nix mehr ab ne das sowieso nicht wieder was gelernt siehste man nennt ihn mich umsonst der loot könig hier salute king ich hätte jetzt einen anderen namen gewählt weiß ja noch keine wo durch 22 naja aber in den kisten ist nichts drin also hast nichts verpasst nichts drin okay so gar nichts das glaube ich nicht nichts was sein ja ich weiß schon was gemeint ist damit ist das pro kiste 10 gold aber mindestens zimmer dafür zwei jump beds ist auch kein orden für das weiß bin schon relativ froh dass ich trommel dingen wenn einer braucht blau verdammt lassen wir mein scharfschützengewehr position und lila aber ich hätte hier eine farme 22 schuss das ist das problem dabei weisse du bist nett das meins fingerig war erst dann rum ich werde ich die ganze stadt mit schon da so haben wir auch glauben damit die kiste christ ist so großzügig bin ich ja dann ich habe leider nur ein blaues stoß sagen ich habe ein graues ich mag die farmers einfach sollte mal gegen der pump kann austauschen ich glaube ich habe das irgendwie doppelt hier kann das sein noch mehr zonen glück achtung oben vom hügel nordosten auf 30 grad validen im anfangen hat sich flüge gemacht glaube ich nicht da sind sie norden am baum da unten würden sie anbauen anbauen wow wer schubst mich doch nicht hier weg irgendwer hat mich hier weggeschubst gerade irgendwer hat mich hier gerade geschubst als ich jetzt am zielen war die scheiße soll weiß ich nicht das her ich werde getroffen aber ordentlich kein schild ist schon wieder weg die sind da oben drauf gelandet wieder ich habe schon wieder die kugeln hier oben angehören unglaublich jo nur als vorrücken vorrücken hinterm baum treffer lockt hier mal da hochklage schöne kopftreffer mal geschmeidig jetzt können wir mal ein bisschen blut aufstocken land laufen das habe jetzt glück gehabt das ist aber nicht so gut das ist kein one hit wenn du damit jemand ja mag sein aber hier oben auf dem zylinder kommen mit aufpassen da oben im zylinder auf 120 sitzen zwei leute drin sagt erwischt oder eines ist noch gestorben ja ich habe meine drei ninja gma junior ja ich habe zwar auch was getroffen aber leider kein kill dabei mal das ding da weggekommen wo sind unser jeshi hier ist er nicht alles kaputt machen aber sinnlos planlos auf alles ballern ist auch nütz aber das können sie am besten das ist sehr wahr ja sind nur noch drei also der eine ist da hinten weg beweg dich mal danke ich warum warum ist der drin glaube ich nicht aber versucht ein glück da gibt es einen toten warum gibt es einen toten zumindest wird da oben gebaut oder wurde da oben gebaut aber jetzt kommt die zone ist wiederum noch gebaut und da oben ist er ja jetzt ein weg der war hart am wind warte lad nach habe ich er musste über das ding nimm die andere waffe setzt ihn unter druck baut sich hoch da ist der zweite der fahrt sich gleich von links von rechts weg hast du kein schrot moment nicht ja nimm den der ist auch gut da auf den hügel halten auf der dinge einfach drauf wo schießt du hin die dinger ticken zurück da sind die beiden dort wo guckst du denn hin dreh dich mal nach links ich so nach links nach links rück rück wo bist denn du ja jetzt geradeaus hä da siehst du so hüpfen genau dahin da halt rein ich sehe momentan gar nichts auf 150 einfach da rein halten einfach da rein halten ne ich habe sie aber was denn war das habe ich noch munition target ändern larunis voll feuer hier jetzt keiner mehr sein einer ist noch wieder irgendwo guck guck geh guck 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 hallo da schau her sind doch alter ich glaube das nicht hier oder habe erst mal aus dem wasser aus damit ich er ist unglaublich wieder zu später schnitt kümmere dich um wichtiges macht den einen tut unglaublich da jetzt zur zone zurück die wand kommt so schlimm ist das eigentlich nicht ich merke das eigentlich schon wenn ich da im look modus bin sage ich mal ich auf schleichen bin dass ich auf den letzten meter noch einen abkrieg wird jetzt gleich vorbei sein ich habe ihn gesehen die richtung so hat sich klingt nach dem plan trotz drei kills 831 punkte so oder weiter geht es leute aufheben das bringt wenn man dazu kommt ja auf jeden fall würde ich jetzt auch sein muss er haben und am besten drei leute aufgehoben ein kill ich weiß gar nicht ob ich mein kills schon irgendwo mal was im positiven hatte ich habe zwar das eine oder andere getroffen aber leider ich nicht derjenige für den es dann gewertet wurde jetzt mal was anderes jetzt mal paradise ganz so ganz easy farming ja das dörfchen unten oder wenn auch dörfchen lohnt sich jetzt nicht paradise eigentlich auch nicht für ganz easy doing würde ich ja eher sagen risky aber da ist schon gelaufen bist du da sonst ja also doch ja wieso wir können doch erstmal abwarten dass uns mal abwarten spätestens wenn wir bei dass die vorbei sind müsste ihr dann gekommen wo wir hin müssen ich denke also guck mal mit gucken und wo ist zonetilte vielleicht ist ja bei lese links die tone könnte sein könnte überall auf der linie sein ja passt also wirst du willst ja auch noch bist du raus ich auch ich fange vorne mit dem bäumen an die dann zu leinwand der geil ist im sturz look ich fand irgendwo an unter irgendwo auf zwei kisten leinwand kein plan davon hier am besten die scheune da stehen meisten zwei und munitionskisten ja das stimmt da war was auf alle fälle was zum schießen da war das weiß ich allerdings nicht spielt ja erstmal keine rolex aber irgendwas zu haben ist ja schon mal und vorteil ja ich habe schon mal nichts auch einer bus ich habe immer noch nichts besseres aber ich weiß zumindest was ich damit nicht machen immer das hier so so doof man hat irgendeiner was auf range ja ich habe einen raketenwerfer da ist ein wo es war drin hat er mal das ist pumpkin habe ich das könnte ich gebrauchen also so ach der man ja also da war die ausbeute in in anderen regionen doch naja wenn ich schlecht wenn ich die noch hätte anständige waffen werden gut wird auch immer bewertet was nützt du die anständige waffe wenn du nichts drin hast ich habe mal genau da bleibt noch einer draußen hoch 48 schuss für sturmgewehr ist doch irre kann doch nie sein ich habe so ein beschissenes salvengewehr häuser sind geplündert ja ich bin noch auf dem weg so wie wir das numlock rein und sortieren jetzt normale raketenwerfer ja lenkraketenwerfer lenkraketen schwere pompe lenkraketen noch was aus so nun geht's dabei jaja ein bisschen holz sollte mir vielleicht noch eben organisieren ein was sollen wir sollten wir noch ein bisschen holz organisieren machen wir dann so brett vom kopf geht immer habe ich auch genug von die haben mich schon alles weg bestimmt und da schießt was vorsicht da links von links schießt was auf uns glaube ich weiß noch nicht ob das einer von denen war oder von uns da will die dann runter fahren halte ich raus bleibt hinterm baum wollen sich immer ganz besonders wenn auf einmal doch noch einer da ist nicht mit dem raquel auch ja machen wir mal eine gute idee heraus keine gute idee wo ist den kleinen larunis wieder ganz vorne die stürmen gerade vor glaube ich ja nicht kommt da einmal entlang geschossen und der kommt angeflogen ja ich werde auch gerade von unten geschossen versicht der landet links wow bin ziemlich eingekesselt hier dann befreie dich wow verdammt äh ok das hätte ich nicht mit dem raketen werfe auf den schießen soll die hat jetzt wird meine güte ne was sie sich immer hier werden das wird es dann für geld unglaublich hier ich guck mal wieder zu weg weg so jetzt können wir mal richtig das neue gewerbe endlich habe ich es gekriegt mit dem raketen werfe was der sack nicht hat er dich geschnippert ja mit dem raketenwerfer war mit dem einen hier am feiten und dann habe ich von hinten raketenwerfer vielleicht war das sogar den der von mir aufgesammelt hat noch zu spät noch zu spät noch zu spät hoch bl mm halt hat einen trommel tja super rückmarsch marsch füller keinen Gericht nur 3 kills auf den weg übelst das gibt ja wieder übelst aufs auge heute so auch austeilen tun wir auch so ist nicht ja ja da würde von 50 möglichen schon mal drei kürz kommt mich auch irgendwann ran natürlich kann hexen kein hexen besen aber der cool da könnte ich mit fliegen mit dem hexer bese bin ja wieder für whisky nicht werbe da ist unten hast du doch direkt wieder tausend leute die zone warte mal bis die zone da ist die zone da ist und dann wohin dann irgendwo da in der nähe genau und gucken wir mal eben schnell erstmal schauen wo der ballon im grün genommen hast du nur paradise dass die oder pleine fahren kommt wieder oben bitte ja also raus wohin wo landen wir denn tomate lass uns noch leise zu diesem golfplatz oder das ich bin gleich zone in der zone lander ich habe keine ahnung wo ihr seid ich gehe jetzt hier runter ich glaube da war ich in der luft erstmal schön die orientierung verloren gerade jetzt da ich bin tomato ok wichtig wenn du die schon mal weg hast dann kann ich mir viel passieren denke ich mir ach gibt schlimme mir ist das auch schon ich gehe hier in die komische hütte vielleicht hat es mir auch was getan man weiß es nicht mal so wo ich dann hier sieht gut aus oder um müsste auch noch was sein ich habe schon mal dabei also ich muss hier mal sagen dieses alleinstehende haus hin dort ist gar nicht so kacke kann ich so kacke nein also ich habe jetzt hier schon ein paar gute sachen gefunden es ist eigentlich jede menge auch da nur so der der große durchbruch der fehlt ja so ist das halt da machst du nix wirst du dich doch in den keller oh eine blaue ich habe doch schon oh ich komme mal in eure richtung so vielleicht sollte ich nicht von der zone weglaufen nun nicht jetzt hätte ich gerne nochmal tragen also zumindest von der bewaffnung her dürfen wir hier alle anständig wird ab ja ja kann mir einer vielleicht noch einen trank mitbringen also das hättest du ein bisschen zeitiger sagen müssen weil jetzt habe ich den einen den ich noch hatte da gelassen ist kein beinbruch zwei brauche ich nicht eine reicht ich habe ja hier noch eine option wenn er nach Portland da gibt die jurken zu Boden so wer will sterben ich nicht ich nicht der miss doof will ich nicht kenne ich schon dacke so wollen wir mal gucken muss man sich hin ich komme auf euch zu seitwärts ja scheide der automat da ist das und nicht anders so dann gucken wir doch mal was wir hier noch so hier ist ein spielplatz schaukeln oh ja spielplatz ist immer gut jetzt sollte ich mir noch ein bisschen holz mitnehmen hier eben schnell ein paar gebüsche fällen auf dem weg benutzt du das eigentlich auch hin und wieder wohin habe ich habe ich mir auch zugebaut oder zugemauert benutzt es zwar nicht so häufig für ihr weil ich meistens bestehende sachen benutzen bevor ich immer baue aber benutzt hat gar nicht ich glaube kiste ja da hinten ist ja jetzt munitions kiste übersehen das finde ich gut so da hinten ist ja da ruhig oder 20 kilometer vorne natürlich klar ist er ja so guck mal 30 schuss mehr ist auch nicht verkehrt das sind da salvengewehr dafür habe ich die ok irgendwie schießen die da irgendwie sind wir hier ziemlich unterbesetzt wenn ich das mal so vorsichtig sagen darf kaum also unterbesetzt sehen wir gar nicht aus hier findest du nicht denn da runter springt hat white hits da da also da 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 ich da der absahne lucky cheater lucky cheater naja der hat sich erst noch zweimal daneben geschossen bevor er mich getroffen hat wo ich da gitter naja muss man schon ein bisschen das muss man vorsehen richtig das daneben schießen das hat er jetzt nicht mal in dauer vorher gestreut also hat kann man ja nicht ja es geht wieder nach oder da wir ja eigentlich schnell sind können wir ja nach schnobby chance gehen da haben wir mal was anderes könnten wir machen ja oder war schon lange nicht da war ich da war ich da schon mal aber nicht der name alleine ist mir nicht so geläufig also wahrscheinlich nicht ja da gehen wir selten hin das könnte wohl sein das mittlere haus gehört mir denn zahl am lieb also ab nach schnuppi wo ist wieder eine markierung die 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 das ganz rechte nach ganz links haben wir nämlich gut aufgeteilt so wie es aussieht kommt auch keiner ganz rechte das haus okay habe ich das ganz rechte haus ist da irgendwo auf dem dach eine kiste in den dächern ist meist hier fängt gut an hier gar nicht bei mir auch das heißt wir müssen schon mal nicht laufen ach so buggy keine kiste in dem haus gar nicht sein wieder was für scharfe schützen sehr schön das ich habe noch gar keine ich habe bis jetzt eine pistole noch eine pistole salvengewehr würde ich mitnehmen schon mal blauen es glaube ich dir auch eine blaue und 50er trank ich sehe gerade ich brauche selber noch wir liechten jump hat wenn das mitnehmen möchtest wir haben doch ein auto brauchen wir nicht so weit ist es gar nicht wo es noch eine kiste kommen ja nicht dran gerade er ist eine pump kann hier oben was auf die eine kiste da drauf ich habe eine blaue pampfer da brauchst du ja ich mache dir das ding auf ganze von unten greift auch nicht schön brauche ich nicht ich gehe mir jetzt erst mal da hinten sachen holen das ist eingeschmissen die liegt unten im erdgeschoss in dem haus was die double pump ach so hast du die scope mitgenommen liegt oben im ersten ich habe nochmal double pump wenn jemand möchte und noch ein 50er ja könnte ich auch gebrauchen noch keinen hast du gar keinen oder was erzeit auch noch grüne die klein wo ist die scope erste etage ist eine erste etage natürlich hier oben auf der garage ist der 50er strom mal rüber oh ja wir sollten wo ist der 50er sagst du da bist du ich musste nur wissen wo dann passt hat wenn ich gerade ein auto gab die nach der 50er wo sie erst so da ist jetzt sehe ich und die double pump ganz wichtig habe ich schon dabei so geht es mal sortieren wieder motto bleibt ja ich glaube wenn abholen wird nichts irgendjemand kann nicht fahren gott jetzt ich gebe gas ohne 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 wo ist mein taxi hier kommt ja bleib stehen komisch gibt gas dauert das wieder hoch bauen ja hatte jetzt ich habe nicht ich habe kein material mehr ich denke jetzt brauchen wir mehr hätte noch wenn nötig hätte ich noch und dann sortiere ich mal eben meine waffensammlung hier auf zum sterben wir verlieren gerade weil wir nicht da sind ja wahrscheinlich wird es genau daran gelegen wo ist er denn ja links rum oder rück das kannst du dir aussuchen soll ich eine straßenbauer kann ich mir drüber fahren oh hatten wir den hügel gesehen ich glaube da war jemand drin kann das sein nein dann wäre er weggeflogen du bist ja dagegen geprallt und du hast ja nachgegeben nicht anders da hinten ist einer gelandet der hat jetzt den kriegen wir ja gehe ich von aus wo ist er hin wo ist er hin der wird hier bestimmt auf uns warten der kann doch nicht weit weg sein eigentlich nicht ne da ist er das raussteigen wo sind noch mehr da sind vier fünf ne kobello aussteigen was das nächste mal fahr ich wieder so ich leute für mich mal die vorletzte runde ein die vorletzte so back to lobby heute hat es aber wieder hier mächtig gestaubt mit der schwede ja vorletzte runde kommt bei mir auch ganz gut also die und noch eine würde ich machen und dann würde ich mich auch ausklinken morgen gibt es aufgabe entweder aufgabe kommt von aufgeben und das kommt nicht infrage so hier wollte ich mal die tür eintreten huuuhu ja treffer 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 dann lass uns das mal machen joo ich komme ja ich falle achso ja wollte sagen das erste wollte ich gar nicht sehen du das erste wollte ich gar nicht sehen jetzt falle ich nicht mehr ich gehe ganz nach hinten zu den häusern ich gehe ganz nach hinten zu den häusern ich gehe ganz nach hinten zu den häusern ich weiß wenn ich das loch treffe hier lauter sprengstoff hier drin ich bin nur mit sprengstoff ja ich habe auch eine sehr ex komische du scheiße habe ich nicht gerade noch habe ich nicht gerade noch alles wenn du hallo hast dann ist verkehrt ich hatte gerade noch einen maschinenpisch oder gewissen also ich hätte noch einen trank wenn er braucht und einen großen ein kleiner mich noch ich habe kleine für dich ist ein großer meine position wenn dann werfe ich meine mal raus und immer was anderes dafür auf so ein großer trank ich war es und ist immer gut ist also generell gehen was wird denn trommel ach so trommel links vom skit den geduld sehr schön so heurig so ich für mein teil wäre ready haben wir eine karre und dann hat gesehen bisher nicht nur okay ich habe auch schon zwei in der tasche ich habe etwas anderes als salve hier ist noch ein portal hier rechts im haus ist nur eine grüne sturmgewehr äußeres rechtes gebäude gegenüber vom quasi vom hotel da wo du jetzt hinläuft oder das ganz hinten einer dass wir nicht aber hier sind noch 50 aber jemand braucht jetzt und bist du jemand drauf hier blaues sturmgewehr bei mir plus zwei saufgrüge komme das ist jetzt natürlich hart sturmgewehr super ich komme hier entscheiden ja jetzt ich möchte dich echt entscheiden da da drin drin nein da in dem raum wer da obwohl unser auto ich werde fertig ist jetzt irgendwo ein sturmgewehr oder so ja da war gerade ein blaues hat der joshio jetzt hatte der hinten in das gebäude werden grünes hier vorne ich habe die zone kommt also wenn ich mich soll mein gott ich glaube ich lass mich sterben scheißdreck da hinten ist ein riss jubb 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 seid ihr da ja dann go ein bisschen abstand gewinnen zur zone ich glaube dass ich jetzt direkt auf dem buggy zu landen hier kriegt man so ja sieht so aus als hätten wir ein stück bis dahin auto kommt von hinten da war ja klar naja erstmal dumpfers auto na siehste da kommen wir doch noch pünktlich ja ne zum neustart so ich glaube das ist letzte runde für mich da oben auf dem hügel sind noch kisten ich glaube ich gehe ne jetzt leer aber ich würde lieber dahin gehen als da oben im ball wir drehen das ganze jetzt äh meinst du ja ach das weiß ich so raus hier oder was ja sollte es rausgehen oh was was giovanni gio gio alter der naja ich also du willst jetzt aufhören ich bin aus genau ok ja dann danke fürs zocken für die schöne runde und für dein feedback auf mein spiel das war ganz gut ja ich denke schon so ja bis morgen würde ich sagen oder weiß ich nicht genau werde ich sehen wie es morgen aus die morgen abend werden und zwar morgen kommen die neuen auch so sieht es alles klar ja dann wir halten kommunikation bis neulich tschau 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 bis die aussagen des vom mir aus können wir noch eins machen hast du noch eine dabei dann würde ich auch aussteigen dann lass es doch einmal auf bereit klicken und mal schauen wer daraus wird wer oder was in dafür ja ich würde jetzt sagen wir warten bis die zone kommt und dann gucken wir mal ist eine gute idee da braucht wenn ich wieder so weit traben weil da war jetzt schon alles gelaufen bevor wir angekommen sind immer war ja schon durch wir sind ja da plötzlich gegen wir konnten ja nur noch in die überzahl rein rennen quasi und versuchen da noch irgendwas wegzumetzeln das war jetzt nur noch zu versuchen ein paar punkte zu kriegen mehr war das ja nicht weil 15 zu 40 dann reißt du leider nicht mehr so leicht da muss schon wirklich sehr sehr viel machen sehr 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 gut sein für und ja ich glaube selbst dann schaffst du es nicht aber wenn ihr auf einmal kommen die halten ja alle auf dich drauf quasi so gucken gucken zone ist wo es geht es okay ein bisschen weiter fliegen ist jetzt raus wie war das ich von so bin ich eigentlich richtig du und sich andere ich würde sich andere verdammt jetzt wird es aber heikel hier will in die scheune die meisten machen das warten und dann ist das hier das erste ziel will in die scheune wo ist das mich da rein für die kiste das aufsammeln noch eine so siehst du dann haben wir doch den ersten den ersten halb schon mal im kasten hier wir haben umgewehr wir haben drinks waren rein pfeifen ich habe noch ein trampfen um raus wie ein 50er oder den kleinen habe ich noch ein ich habe schon genommen den großen ach so schade ach nicht schlimm hier ist noch eine kiste jetzt habe ich noch einen großen na guck mal dann passt es ja dann passt es doch ich könnte noch was schrottiges gebrauchen aber ansonsten jetzt doch schon mal ganz gut aus mal habe ich ein gewehr mit 138 schuss das ist ja schon mal was das ist schon mal nicht schlecht so kommt dann habe ich was schnelles zum schießen habe ich was ich kann los gehen ach komm dann nehme ich den kleinen noch mit ok ich bin aufm weg wo der keksikor host mich ja danke fürs hosting und hallo zusammen wo bist du jetzt ich habe bäume zusammen ist boah so ja da ist sowas aber der baut schon eigentlich brauchen wir nur hinterherlaufen ich würde sagen wir sollen erstmal erstmal so zusehen dass wir jetzt richtung zone kommen weil nichts ist so doof wie hier zu spät zum krieg zu kommen ich würde sagen holz mitnehmen ich verarschen ist ja ich habe ein leben er hat geschossen hinter mir hinter mir war noch mal so weg gekommen habe ich ein glück hätte alter wer hat hinter mir aufgemacht ich bin tot noch mal kann sie jetzt alle her ja leider gab es nicht halt so viel zu sehen außer eine ordentliche packung wahnsinn ja dann nehmen wir wieder raus zu zu machen oder wolltest du noch einen hinterher sehen wie du magst sowieso noch weiter spielen ja gut einen würde ich noch machen aber dann muss ich auch allmählich gucken dass ich hier ich habe letzte nacht tatsächlich nur drei stunden schlaf gekriegt hier das fand ich sonderlich viel weil es doch hier einst weinen etwas lauter zuging im hotel wie ständig wach geworden deswegen ist auch ein mache ich noch dann würde ich mich so allmählich mal fertig machen auch mal die eutlern zu schließen aber einer geht noch einer geht noch ein hoff ich auch nicht bei mir hoffentlich diesmal so was habt ihr denn gerade gezockt geguckt gemacht ab in den tann schade dass man nicht baden gehen kann ich würde sagen wir warten ja wenn der menge direkt am anfang aussteigen jetzt wirklich schnell möglich schnell runter ist natürlich auch eine maßnahme aber wenn du dabei lese links denn die zone hast dann wird's arg ok ich würde risky sagen und dann bis dahin ist nicht weit diesmal dürften auch nicht so viele da sein das ist sehr wahr obwohl uns das ja beim letzten mal auch nicht so viel gebracht hat die bewaffnung war zwar ganz gut aber ja ich kann nicht besser klagen ich bin etwas über müde und von gestern aber ansonsten war oder ist geht es mir eigentlich sehr gut hier wenn man unschwer nein also man sieht es nicht im moment weil ich ja keine facecam gestartet habe aber ich bin nicht zu hause dementsprechend muss ich hin hat oder habe ich hier natürlich hin und wieder mal so ein paar kleinere leitungsprobleme aber die scheinen heute tatsächlich mal nicht da zu sein ich bin sehr begeistert und wie geht es dir geht es euch so besser ein klein hätte ich noch ein jagdgewehr habe hier noch rum noch ein jagdgewehr das war blöd das wollte ich auch eine truhe naja war nicht so nach deinem geschmack hat nicht geschmeckt munitionskiste die kann ich da eher gebrauchen so wie sieht es aus sollen wir losziehen so langsam moment wir sind noch ein paar kisten so was hinten schon in dem номing ja ist ein salvengewehr in blau doch hier war schon einer warte mal pump gun zack so mobil im weg so ich komme in deine richtung und da können wir glaube ich auch los würde ich sagen ich nehme lieber die maschinenpistole so auf dem weg noch ein bisschen holz machen ja immer holz mit er so auf dem weg zu dir noch ein bisschen was zerlegen hier so da oben am baum sind noch zwei kisten dann gehen wir auf den berg und dann ich habe ein jump ist ja super immerhin ein bisschen müde anstrengender tag gestern ja cool auch nicht schlecht dann hast du ein wasser viel gesammelt ja das ist wenn man dann erst mal so dabei ist ne ich meine abgedrängt hier ja so die ist jetzt haben wir den turbo eingelegt hier wir werden beschossen glaube ich oder hat er nur zum spaß geballert gerade merkst du ich hoffe er war das hoffe ich auch so das kenne ich wenn man erst mal so dabei ist teilweise merke ich das dann auch nicht dann mache ich das viel zu lang und krieg dann am nächsten tag nichts gebacken das kann ich mir jetzt hier nicht leisten das wir hier gerade bauen das muss fertig werden und wenn ich dann morgen nicht fit bin dann ist mein wochenende in gefahr das kommt auch nicht so gut von oben von dem holzteil von dem von der großen rampe hat er runter geschossen sie ist genau auch immer verkannte wie ich umgefallen bin ja momentan sehen wir da ruhen ist in action aber ich glaube oh ja ok also wir sind wieder raus leider 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 wenn jetzt mal zu lobby gehen ich habe ich noch was anderes schönes suchen weil ich müsste mich jetzt so allmählich ausklinken jo dann mach das ja ich habe ich habe twitch selbst nicht auf deswegen müsste ich dann erstmal gucken jetzt also du bist du machst noch ein bisschen weiter nehme ich an ich mache noch ein bisschen ja ja dann komm einmal hin noch komm einmal hin noch das ist das ne du bist gerade dabei kommt ein war ich noch egal und wenn ich ja aber dann nicht schluss in einer noch muss aber dann nicht schluss wahnsinn oh haben sie schon welche umorientiert gerade ok komm da gehen wir direkt nach tildet rein meinst du? jo du meinst jetzt von hier aus ja? ja ich würde sagen wir nehmen beide das große graue guck mal machen da machen wir das da nehmen wir das größte ja du glaubst gar nicht teilweise teilweise kriegst du hier so schnell einen in den Hintern das ist echt der wahnsinn äh ja gut äh bist du sicher? das ist ja hier auf 50 ja klar tiltet im feindesgebiet na gut ja na genau ok dann go direkt hinein damit rechnen die nicht so ich werde auch tief anfliegen jetzt tut er sich rüberkomme zu dem fluss dass ich von da aus dann ranfliege aber guck mal wir sind noch nicht mal alleine guck mal wie viele mitkommen das ist unser gebiet das nehmen wir ein jo direkt im flug ja ich komme ach da ist nichts mehr tiefer alter ist hier was los hey ich will auch ne waffe lasst mir auch eine verflixt und zugenäht wie viele leute sind in dem gebäude es ist ja so gar nicht munition habe ich nochmal munition yeah alter schwere da komme ich nicht wie du hast granaten mit irre links 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 hier lang hier lang hier lang da lang meinst du ja hier rein hier ist die kiste noch dann noch schnell mit hier oh ja den brauche ich der ist wichtig äh danke bitte so da wollen wir mal eben schnell bevor das hier gleich heiß her geht die werden hier nämlich nicht zum spaß rumballern so viel moon hat man ja dann auch nicht komme hier ist eine waffe und schild dran hier bei mir auch einer das ist super ja gut ich habe schon komm mit direkt auf die andere seite da ist auch noch eine kiste ich kann dich nicht mehr nehmen die stelltränke dann lass liegen wenn du nicht brauchst das ist egal ich nehme einfach mal mit mach ich gehst auf den großen kann ich noch gebrauchen den kann ich nämlich noch nehmen was das jagdgewehr nö nehme ich das so wo bist denn du jetzt hier da so auf geht's wir bauen hier schon wieder ab unglaublich so so ich höre noch was was habe ich denn gerade gehört ach das schmatzen wahrscheinlich nur ein gleiter das schmatzen das kann sein ja noch gar nichts noch gar kein holz oder so ich hole mir mal eben eine kleinigkeit keine holz egal ob da ein bisschen was zum bauen so komm hier hoch und bin dabei bin dabei da habe ich jetzt mal hallo ich will mich wohl verarschen immer wenn ich gerade springen will habe ich auf einmal wieder eine schräge unterm fuß hier da 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 o das was wir jetzt so werden jetzt erst mal gucken dass wir hier oben von hier oben eine bessere sicht bekommen auf alles hier ist schönes lud das nehme ich oben auf dem berg andere seite da bist du rechts oder links neben dir ist ein jump da oben ach egal bauen wir einfach rüber das geht auch eine fresse bedurft zum laufen er war doch nicht gebaut sozusagen sind hier egal jetzt so welche beschossen so ach so unsere gut dass es hier kann völlig feier gibt zumindest nicht mit diesen sachen er sitzt da eben im baum das oma ist ein baum schießt er cool also also aber das nicht der auf den ich gerade gezielt habe oder na gut er ist er ist noch da sehr schön ja du hast den feinkontakt gehabt ich suche noch ich habe den feinkontakt gehabt jawohl kann ich bestätigen schmerzhaft bestätigen suchst noch oder so da sind ja nur acht die spannung steigt aber ich denke mal das können wir eigentlich nicht mehr verlieren es ist aber immer wenn das so aufs ende zugeht und einer dann so die oberhand gewinnt an kannst du von ausgehen dass der natürlich alle legen sich weg die nehm ich danke einmal aufheben du bist ja nicht kurz vor ende so kommt so hat euch gleich ja super gerade so noch entkommen ja super sehr schön meine statistik sieht wie immer gut aus so dann würde ich sagen wir gehen einmal zurück zur lobby in diesem sinne werde ich mich dann jetzt auch gleich verabschieden soll ich mal schauen ob ich für euch noch was finde hier da muss ich mir mal ganz kurz hier meinen twitch aufmachen ich habe das nämlich aufgrund von ja um jetzt um jetzt hier so ein bisschen volumen zu sparen habe ich das zugelassen aber wir können ja mal schaue nehmt fortnighter wäre am besten oder ist euch die sprache egal oder muss es weil ich hätte nämlich hier ein hat das gar nicht so schlecht zu machen ist ninja sagen wir versuchen wir mal so machen wir das so ja ihr werdet gleich dann bei ninja wieder erscheinen ich werde mich von meiner stelle meiner seite aus jetzt hier verabschieden wünsche euch einen angenehmen abend und danke bedanke mich aus aller schärfste fürs zuschauen und ja wenn ihr lust habt dann schaut das nächste mal wieder rein wenn es hier weitergeht mit fortnight dann geht's